Nach dem Erwerb der Frankierung erhalten Sie die Versandmarke, die Sie, wenn Sie möchten, selbst ausdrücken können, aber nicht ausdrucken müssen. Denn Sie erhalten auch einen QR-Code in der App und per E-Mail. Mit diesem QR-Code auf Ihrem Smartphone können Sie ganz einfach zur nächsten Postfiliale, einem DHL-Paketshop oder einer Packstation gehen, den QR-Code einem Mitarbeiter zeigen, der ihn scannt oder Sie scannen ihn an einer Packstation selber und schon wird Ihre vorab bezahlte Frankierung fix und fertig ausgedruckt. Mit allen nötigen Adressdaten, nur noch aufkleben, abgeben und fertig.